Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei Wetter.net. Ja, in der Atmosphäre, da geht's rund. Zunächst etwas Hitze, dann zum Wochenende eine Mini-Schafskälte, die uns teilweise sogar Bodenfrost bringen kann. Und nächste Woche steht uns dann sehr wahrscheinlich eine sehr extreme Hitzewelle ins Haus. Und das genau zum Beginn des Siebenschläfer-Zeitraums. Und diese Hitzewelle, die könnte sogar über den Monatswechsel hinaus andauern und uns Temperaturen von 30 bis 35 Grad bescheren. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns mal den aktuellen Wetter.net-Strömungsfilm an. Und dann sehen wir, die Warmluftzufuhr, die reißt in den nächsten Tagen langsam ab. Noch ist es warm, aber zum Donnerstag hin, da sehen wir aus Nordwesten, da kommt deutlich kältere Luft nach Deutschland und die lässt die Temperaturen in den Keller purzeln. Das zeigt auch die Dreitagesvorschau. Am Mittwoch wird es heiß werden, teilweise bis zu 32 Grad im Schatten. Also ideales Badewetter. Und am Donnerstag wird es schon deutlich kühler. Im Nordwesten gerade mal 19 bis 20 Grad, sonst noch mal bis zu 30 Grad. Und zum Abend, da erreicht die Kaltfront auch den Südosten. Und dann kann es dort teilweise heftige Schauer und Gewitter geben. Ja, und am Freitag ist alles vorbei. Die Hitze ist ausgeräumt. Und es werden gerade mal 17 bis 20 Grad erwartet. Hier und da kann es mal ein paar kurze Regenschauer geben. Das Wochenende wird dann frisch, aber nicht nass. Es gibt ein Gemisch aus Sonne und Wolken und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen am Samstag 17 bis 22 Grad und am Sonntag 18 bis 24 Grad. Also am Samstag zum Public Viewing besser mal eine Jacke mitnehmen. Denn am Abend, so um 20 Uhr, liegen die Werte meist unter 20 Grad. Ja, und stellenweise kann es sogar am Samstagmorgen hier und da Bodenfrost geben. Das betrifft vor allen Dingen die höheren Lagen. Am Montag kehrt dann die Wärme zurück. Mit 18 bis 28 Grad steigen die Temperaturen deutlich an. Und auch der Sonnenschein wird wieder häufiger werden. Und da noch ein Blick in die nächste Woche hinein. Ja, und da sehen wir, was ich vorhin meinte. Es wird deutlich wärmer, heiß am Siebenschläfertag bis zu 32 Grad. Und nächste Woche Donnerstag vielleicht sogar bis zu 34 Grad im Schatten. Und diese Hitzewelle könnte dann längere Zeit andauern. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag und tschüss, bis bald.